Man wird ja nicht als Außenseiter immer geboren oder so, sondern man macht sich ja manchmal auch selber dazu insofern, dass man sagt, ich möchte vielleicht nicht 100% Teil von etwas sein, was vorherrscht. Und deshalb sucht man sich die sogenannte Nische. Und daran findet man dann manchmal Halt, Zufriedenheit und vielleicht sogar mehr. Das Kreieren von Sachen ist für mich immer das Gleiche. Es ist ganz egal, für mich ist es auch immer etwas Einheitliches. Und ich kann das auch nicht von einer Lösung. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass junge Leute viel klarer definieren können, worauf sie gar keinen Bock haben und das nicht machen. Weil die sagen, das Wort toxisch gab es ja früher nicht bei uns. Oder? Kannst du dich daran erinnern? Also ihr musstet für den Tourbus nicht erstmal anderthalb Millionen ausgeben, damit man so starten kann. Das mietet man ganz gleich. Ja, aber es ist halt auch, so wie alles, wenn man jetzt auf Tour geht nach Corona, gut teurer geworden. Ist es? Ja, es ist unfassbar. Weil die alle ihre Tourbusse abgeschafft haben oder warum? Nee, weil die, das ist ja alles auch immer so ein Angebot- und Nachfrage-Ding selber halt so. Es ist quasi so, ein paar Firmen haben zugemacht in dem Zeitraum. Andere sind geblieben und die können sich dann teilweise manchmal bessere Trillpartys, also ich glaube, die Zeiten sind jetzt ein bisschen vorbei. Aber es gab es auf jeden Fall, dass es da ein Hauen und Stechen gab. Das war schon abgefahren. Ich hatte… Und dann auch Preise, die dann auch teurer waren. Man konnte sich das auch nur diejenigen leisten, die das auch, wo das egal war, warum es nicht darum geht, ob das jetzt ein paar Tausend mehr oder weniger kostet. Ja, ich habe das tatsächlich mit Mietwegen auf den Kanaren erlebt. Da war auch während Corona, haben sie natürlich alle Mietwegen verkauft, die Flotte reduziert. Dann war alles arschteuer, wie du sagst, Angebot und Nachfrage. Und jetzt war ich wieder da. Und jetzt sind sie wieder zu einer alten Dumpingpreise zu haben. Deswegen hätte ich gehofft, dass ich bei euch vielleicht auch etwas eingespielt hätte. Die Branche ist ja so, die hat sich ja verkleinert insgesamt. Also verkleinert, aber nicht von Künstlern her. Im Gegenteil eigentlich. Das hat sich, würde ich sagen, durch Corona noch vergrößert. Aber von allen Leuten, die in der Branche selber arbeiten, es geht auch für Techniker und so weiter. Es sind ganz viele Leute einfach, die haben halt von dem einen auf den anderen Tag, haben die ihren Job sozusagen verloren. Und der war auch weg für zwei bis drei. Ne, drei Jahre waren es ja eigentlich am Ende. Ja, und die sind dann aber teilweise auch nicht mehr wiedergekommen, weil die dann natürlich, wir sind auch Leute mit Familie und so, die müssen dann gucken, okay, wie geht es jetzt weiter? Rockenroll ist schön und gut, aber ich muss meine Miete bezahlen halt, ne? Ja, ja. Und die, die da geblieben sind, sind eh da geblieben. Das waren sowieso aber meistens auch die, die, ich würde mal sagen, generell immer schon auch, sag ich jetzt mal, was, also um es nicht falsch zu sagen, aber topnotch waren so halt und sowieso ein bisschen teurer waren an sich so. Und die, und die, die das oft, sag ich jetzt mal, so ein Leben her gemacht haben oder so, die sind einfach komplett weggefallen. Das muss ich erstmal alles wieder noch aufbauen. Und das ist ja immer so, dass, wenn es schwieriger wird, dann sieht es sich natürlich aus. Und das soll ja niemanden irgendwie jetzt abwerten oder so. Es ist natürlich so, wenn du etablierter oder besser in dem Job bist, dann kannst du natürlich auch besser solche Trockenzeiten dann irgendwie überstehen oder bist halt dann der, der noch gefragt wird am Ende. Naja, nee, das war, ich würde mal sagen, das war eine Spezialsituation, weil es wurde niemand gefragt. Da gab es dann einfach die, die, sag ich jetzt mal, die, also ich meine, so wie in der normalen Welt an sich so, mit mehr Kapital in der Rückhand kannst du länger durchhalten, ganz einfach so halt. Und die anderen sind einfach weg. Und es ist ja auch trotzdem ein, ich würde mal sagen, ein, jetzt kein super dankbares Gewerbe, sondern du wirst belohnt mit einer guten Zeit. Das war's. Es gibt keine Gewerkschaft oder irgendwas. Es gibt quasi auch da ein Angebot- und Nachfrage-Ding so und kommst du mit. Wir haben folgendes Budget und so. So ein bisschen so wie bei Designern heute. Ich habe ja wenig Ahnung von der Musikbranche, muss ich vorweg schicken. Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, ist ja das Touring schon ein großer Teil der Einnahmen auch, oder? Inzwischen schon, ja. Eben, weil über Streaming nichts mehr kommt, musst du eigentlich Touren gehen jetzt, wie wahnsinnig, oder? Eigentlich sollte das der Schlüssel sein. Es kommt aber zum Beispiel darauf an, für eine Band wie uns ist es so, wir sind, da wir ja eh nur im deutschsprachigen Raum eigentlich unterwegs sind und waren und auch für immer sein werden, gibt es ja auch da einen Deckel. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie einfach unendlich viele Shows spielen, so halt. Weil bei einer Show ist es ja auch so, du gehst da, wie oft gehst du zu einem Konzert im Jahr? Also zu einem Act, wo du richtig Bock hast? Ich gehe absolut zero in Konzerte, muss ich ehrlich gestehen. Ich gehe auch nicht in Kinos, das hat nichts mit der Musik per se zu tun. Also es ist einfach, ich bin nicht der größte Fan von so Ansammlungen. Ich liebe so kleine Jazzklubs. Stell dir mal vor, du wärst ein Fan von jemandem, so richtig doll. Wie oft würdest du denn höchstwahrscheinlich, glaubst du, nach deinem Gefühl? Wenn ich richtig, richtig Fan wäre wahrscheinlich und auf Konzerte stehen würde, ich meine, mehr als einmal im Jahr ergibt sich wahrscheinlich nicht die Shows, oder? Das ist wahrscheinlich schon viel, oder? Also ich sage mal so, es gibt Leute, die gehen jedes Wochenende auf Konzerte, aber von einem Act, das ist die Sache so, da holst du dir ein bis zweimal im Jahr ein Ticket, so, das war es. Das heißt, du kannst, also für uns übersetzt bedeutet das, wir können auch nur einmal, ein bis maximal zweimal in die gleiche Region im Jahr fahren. Und eigentlich fährst du nicht einfach so, sondern du hast immer ein Produkt wie ein Album so halt dabei, einen Grund, um auf Tour zu gehen. Das, ich würde mal sagen, das hat sich geändert im Gegensatz von zu früher. Früher war es so, dass man auf Tour gefallen ist, um das Produkt zu promoten. Heute machst du das Produkt, um auf Tour zu fahren. Also wirklich so. Ja, ja. Du weißt, die Beatles sind auf Tour gegangen, um ihre neue Single zu bewerben. Aber ist Streaming wirklich der Punkt, der das so geändert hat, weil einfach keine Einnahmen mehr über Albenverkäufe oder Singleverkäufe mehr kommen, sondern nur noch diese Centbeträge über Streaming? Streaming ist, ja, Streaming würde ich mal sagen, ist für den professionellen Musiker, der kein Topstar ist, muss man auch, weil man kann schon mit Streaming, kann man sehr viel Geld verdienen, so. Aber dafür müssen die Größenordnungen stimmen. Ich rede dann aber auch von Künstlern, die wirklich, wirklich groß sind, so Harry Styles und Co. Und auch ohne jetzt irgendwas zu bewerten, sondern einfach nur sagen, wirklich große Künstler an sich so halt. Nicht Künstler, von denen man denkt, die sind doch groß oder so, da müsste doch was rumkommen. Die müssen doch da eigentlich davon leben oder so halt. Aber das ist, glaube ich, diese digitale Social-Media-Lüge irgendwie, die uns allen so erzählt wird. Streaming, YouTube, all diese Sachen, jeder kann jetzt irgendwie damit Geld verdienen. Stimmt, jeder kann ein kleines bisschen Geld damit verdienen und manche Leute können unglaublich viel Geld damit verdienen. Aber dass du einfach nur ein solides Einkommen damit generierst, ist, glaube ich, so ein Mittelding, was kaum jemand schafft, oder? Ich glaube, das ist fast unmöglich. Ich glaube wirklich, dass das fast unmöglich ist. Und zwar, also man kann das schon schaffen, so halt, das ist nur, am Ende schaffst du es nur, wenn du was langfristig aufbaust. Und mit langfristig meine ich, wenn du es mindestens zehn Jahre machst, um dann vielleicht, also wenn du es aufbaust, so in der heutigen Zeit würde ich, ich würde tippen, wenn es jetzt kein, wenn es jetzt kein Hype-Produkt ist, sondern irgendwas, was du mit Herzblut betreibst und das die ganze Zeit kontinuierlich machst, so, dann wird es irgendwann auch funktionieren, so. Wenn es jetzt, es muss natürlich auch irgendwie einen Kern irgendwo von Leuten ansprechen, es gibt nicht super abstrus sein, so, nur Nische. Es kann nicht jede Scheiße, diese muss schon ein bisschen, ein bisschen natürlich solide sein. Oder so, dass es genug Leute auf jeden Fall anspricht, so. Und das, und das, und das kann wachsen, so. Aber das braucht halt wirklich Jahre. Ja, ich meine, ihr macht das jetzt seit über 20 Jahren. Ja, wir haben auch, und wir kommen aus einer anderen Zeit an sich, so, wir haben, wir haben 2002 angefangen, okay, da haben wir richtig, richtig angefangen, ne, da haben wir Kleinstkonzerte auf Geburtstagspartys, so, das war unsere erste Show, haben wir angefangen zu spielen. Mit derselben Musikrichtung? Mit derselben Musikrichtung, ja. Auf Geburtstagsfeiern, okay, ja, stelle ich mir interessant vor. Ich denke mir, irgendeine… Ja, da hat man ja einfach jede Möglichkeit genommen, um irgendwie präsent zu sein. Aber ich stelle mir das irgendwie der Musikrichtung interessant vor, weil bei euch lebt das ja schon auch ein bisschen von der Menge, oder? Die Energie im Raum. Nee, eigentlich nicht. Das ist nur für denjenigen, der zuguckt und sich darauf, mit der Musik beispielsweise, nicht so viel anfangen kann, um das quasi als Event wahrzunehmen. Das ist so ähnlich, das, was du meinst, verstehe ich auch, das ist aber so wie jemand, der zum Fußballspiel guckt, geht und sich gar nicht für Fußball interessiert. Bin ich auch, deswegen, du musst mir entschuldigen, dass ich von solchen Sachen keine Ahnung habe, aber gerade deswegen stelle ich die Frage. Und deshalb, ich verstehe das total. Ich bin nämlich auch jemand, der von so einer Szenerie wie im Stadion, wie sie dann da ist, und so total geflasht bin und das richtig davon mitgenommen wird und so. Und das ist bei Konzerten natürlich auch so. Das sind Massenbewegungen, das ist dieses quasi, wenn alle zu einer Einheit werden und sowas, das ist faszinierend auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es, sag ich jetzt mal, für den, der vor der Bühne steht und das fühlt, was von der Bühne runterkommt, das ist ja der erste Schritt, der gemacht werden muss. Wenn der das fühlt und wenn das zwei, drei, vier, fünf fühlen, kann das auch in einem kleinen Raum genau dieses Gefühl an der Stelle geben. So halt, es hat auch immer was mit dem Vortrag zu tun, von der Band selber so an sich. Du dirigierst das Ganze ja eigentlich, gerade als Frontmann bist du natürlich da ein bisschen der Initiator dieses Ganze. Du bist ja auch Entertainer in dem Moment, also du musst die Leute ja auch mitnehmen. Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich schaffe das. Du machst das seit über 20 Jahren, also ich meine, wie du sagst, ich glaube, der Erfolg gibt dir dann irgendwie schon auch recht. Aber lag dir das schon immer oder war das eher so eine Überwindungssache? Weil ich denke mir immer bei Kreativen in großen Anführungszeichen, ja. Aber ich meine, ich schimpfe den Podcast ja auch, der Podcast mit Kreativen. Und da ist ja häufig so ein, introvertiert sind immer so Begriffe, die etwas larifari rumgeschmissen werden, finde ich. Aber so Tendenzen stelle ich ja schon häufig fest und auch bei mir selber, dass ich auch erst über mich selber verstehen musste, wie gerne ich eigentlich mit Leuten interagiere. War es für dich auch sowas oder bist du von Anfang an gerne auf die Bühne gegangen? Es kommt ein bisschen darauf an. Ich finde, das ist auch eine spannende Frage, weil ich bin, ich glaube, ich bin eher jemand, der gerne was vorgibt. Ich präsentiere gerne. Ich weiß nicht, ob ich der Beste dafür bin, der mit Leuten dann wirklich interagiert. Das heißt quasi, es gibt ja immer ein, es gibt ja immer zwei Seiten an der Stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jemand bin, der, sag ich jetzt mal ein, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich ein guter Sozialarbeiter wäre an der Stelle. Ich meine, das ist ganz ehrlich, dass man sich auch immer voll auf das Gegenüber einlassen kann. Weil das ist total wichtig, dass es solche Menschen gibt. Und auch vor allen Dingen auch im Showgeschäft eigentlich. Ich bin eigentlich jemand, ich bin mehr so wie so ein, ich würde sagen, fast wie ein Schauspieler in diesem Sinne. Ich finde die Rolle spannend. Das heißt nicht, dass ich nicht die Rolle bin selber. Jeder Schauspieler ist ja am Ende irgendwie auch immer er selbst und füllt eine Rolle mit sich selbst. So halt an der Stelle, aber ich würde mal sagen, der Moment immer, wenn ich auf die Bühne gehe und etwas, wie du meinst, dirigiere. Ich dirigiere nicht wirklich. Ich performe an der Stelle so. Und das macht mir Spaß und das erfüllt mich. Und ich bin super glücklich darüber, dass das andere erfreut. Das ist das Wichtigste. Und das ist auch das Einzige, glaube ich, was ich überhaupt jemandem geben kann. Die Chance darauf, dass jemand das eventuell gut findet. Ansonsten, ob das jetzt richtig toll ist oder Qualität hat und so, das ist ja eh im Auge, das betrachtet. Ja, total. Und das habe ich auch mit den Jahren festgestellt. Das ist so scheißegal, weil das ändert sich sowieso immer alle paar Jahre. Und es muss halt, du musst ja immer nur Leute finden, denen es gefällt. Und das hast du gerade am Anfang ja schon gesagt, dass es muss halt eine Gruppe geben, denen es gefällt. Die kann klein sein, die kann groß sein, aber man muss halt sein Publikum finden. Oder ich glaube tatsächlich eher das Publikum muss dich finden. Ich glaube, das ist es am Ende des Tages. Wie du sagst, du kannst halt deine Arbeit da irgendwie rausstellen und sagen, okay, das hier existiert in der Welt. Und jetzt hoffe ich halt, dass Leute das dann irgendwie finden. Natürlich kann man auch proaktiv sein, aber beschränkt. Am Ende müssen die Leute halt auf dich stoßen, dich gut finden und dann auch irgendwie dabei bleiben. Das ist, genau so ist es. Man muss auch, das ist, glaube ich, das ist das Wichtigste auch überhaupt für jeden, ich glaube sowieso für jeden Künstler generell. Ich hatte jetzt gesagt, Bands, etc., aber es ist einfach jeder Künstler. Man muss erst mal seinen Kram machen. Also seine Vision, die man da, weiß ich nicht, hinlegen möchte, weil man aus welchen Gründen auch immer, das muss man erst mal machen. Und daran muss man auch selber erst mal glauben. Das muss man auch, vor allem ist ganz wichtig, das muss man in diesem Sinne gut finden. Wenn man es nicht, also man kann es auch spezifizieren und sagen, man kann das, man muss nicht alles gut finden, was man macht in diesem Sinne. Das ist auch nicht immer wichtig, manchmal macht man Sachen einfach. Was man selber macht, meinst du? Genau, weil manchmal sind Sachen passiert, die man gemacht hat und das ist auch wichtig, dass das dann so passiert ist oder dass man was ausprobiert hat und sowas. Man muss, ich finde, ich bin auch jemand, ich sage so, man muss nicht alles bis zum, weiß ich nicht, bis aufs Messer am Ende verteidigen, weil das ist ja auch immer so eine Frage des Glaubens. Aber ein guter Künstler macht ja auch aus, dass man einen, also meiner Meinung nach so, und damit meine ich jetzt auch andere so, dass man eher einen Weg erkennt und nicht so, das eine Werk, das war es. Weil das ist ja auch total langweilig so. Eigentlich ist es doch das Interessante, diesen Weg zu sehen und die ganzen Versatzstücke, die da entstanden sind, irgendwie zu einem zu fügen. So halt, wenn ich jetzt als jemand bin, der bei anderen Sachen, bei anderen Leuten draufschaut, meine ich so halt. Ich glaube aber auch, weil ein großer Teil ist halt auch, sich selber zu finden dabei oder das zu finden, was einem gefällt und dafür muss man ausprobieren. Was heißt, man wird auch Sachen machen, die einem am Ende nicht gefallen, wo man vielleicht nicht dahinter stehen kann. Ich finde, das ist vielleicht eine, also ich will aber nicht so Social Media und so verteufeln, ja. Aber es gibt viele Sachen dabei, die ich nicht so optimal finde. Aber eine Sache, die ich total cool finde, ist, dass so ein bisschen, glaube ich, eine Mentalität entstanden ist, die Fehler und Rückschläge auch zu teilen. Natürlich oft ein bisschen geschönt, aber dass das jetzt eben auch gezeigt wird. Und das war früher ja total raus. Früher musste man ja immer irgendwie nur das Polierte irgendwie zeigen, hier, das ist alles so. Und deswegen konntest du dich auch nicht verändern. Weil wenn du einmal was gefunden hast, was funktioniert hat, dann haben die Leute es ja von dir erwartet und gefordert. Und ich glaube, heute ist da ein bisschen mehr Flexibilität da. Wobei jetzt gerade das, hast du von Andre 3000 von Outkast das neue Album mitgekommen? Nee, noch gar nicht. Aber du kennst Outkast noch? Ja, ja, klar. Das ist ein reines Flötenalbum. Er spielt nur Flöte. Bei Rick Rubin aufgenommen. Ey, das habe ich aber gehört. Ich dachte, das wäre ein Gag. Nein, das ist kein Gag. Du musst dir die Interviews mit ihm anschauen. Das ist fantastisch. Weil ich finde es so toll, dass da jemand ist, der wirklich absolut, ich glaube, es ist, ich weiß nicht mehr welches, aber ich glaube, eins von ihren Alben ist, glaube ich, das meistverkaufte Hip-Hop-Album aller Zeiten immer noch. Vor Jay-Z und sonst wie. Ich muss nochmal nachschauen, ob es wirklich stimmt. Aber das ist jemand, der so eigentlich eine Formel gefunden hat, die funktioniert. Dann sagt, scheiß auf alles. Ich mache einfach das, was ich jetzt empfinde, was zu mir gerade passt. Und ich meine, natürlich muss nicht bei jedem der Wandel so rigoros sein. Aber wie du sagst, ich finde es schon wichtig, dass man sich selber noch die Möglichkeit offen hält und sich weiter verändert. Du hast ja gerade ein Solo-Projekt noch gestartet. Ja, genau. Ist das so ein Wandel oder? Es ist ein, nee, ja. Oder wolltest du nur doppelt so häufig in die Städte fahren können und mehr Touren? Es ist eigentlich das Ding so, ich hatte dieses, das Projekt, ein Solo-Projekt zu machen, also musikalisch an der Stelle, das hatte ich eh schon super lange vor. Es hat nur einfach wirklich Zeit nicht gepasst. Ich habe das schon seit unserer Platte Wir sind Angst, die wir 2015 rausgebracht haben, habe ich schon angefangen Songs zu machen und wollte dann auch schon irgendwie so langsam mal starten und so. Aber wir haben halt immer nachgelegt mit, also als Kajon mit neuen Platten und neuen Ideen. Und ich hatte auch, ich mache ja auch noch viele andere Sachen. Ich war immer voll mit Dingen, habe immer dann so gesagt, ja, wenn dann die Zeit dafür ist und so halt. Und jetzt habe ich halt irgendwie, war es so, dass ich mir gesagt habe, so, ey, wenn ich das jetzt mal machen will, dann muss ich das jetzt auch mal machen. Ich bin jetzt auch 40, also da kann man doch mal anfangen damit so. Aber das Gefährliche ist ja immer bei diesen Sachen, wenn man dann ein zweites musikalisches Projekt macht oder, also eine zweite Band oder Solo oder was auch immer, oder, keine Ahnung, wenn ich jetzt noch einen zweiten Podcast machen würde. Von außen könnte man ja denken, ist ja total easy, weil du musst es ja nur spiegeln oder so. Aber es stimmt ja gar nicht. Und von innen weißt du, was für eine Shitshow an Arbeit da eigentlich auf dich zukommt. Sondern, weil eigentlich bist du jetzt ja schon voll ausgelastet. Richtig, ja. Das heißt, es war wahrscheinlich schon auch eine Überwindung, das sich irgendwann dann mal auch ans Bein zu wenden zu einem gewissen Grad. Ja, ich bin aber auch, was das angeht, muss ich sagen, ich bin da, ich bin auch ziemlich schlecht da drin, mich nicht mit neuen Projekten und Arbeit zuzuscheißen irgendwie. Also ich bin, mir wurde auch schon oft geraten, wirklich oft immer genau diesen Weg zu gehen. Den man gerade hat, der funktioniert, sich auch die Auszeiten zu nehmen und sich um sich selbst zu kümmern und so weiter. Das ist das Einzige, was ich für mich so erkannt habe. Es ist für mich extrem wichtig, meinem inneren Fluss, und zwar dem Output an sich irgendwie, dem einfach freien Lauf zu lassen. Das ist voll okay. Ich bin glücklicher damit, wenn ich Dinge, das hört sich so komisch an, aber wenn ich sie erledigt habe. Sonst sind sie einfach immer da und wie so Geister, die mich verfolgen einfach an der Stelle. Das ist so, andere Leute wollen unbedingt, ich will nochmal nach, weiß ich nicht, Amerika oder was weiß ich, irgendwelche Sehnsuchtsorte. Ich habe keine Sehnsuchtsorte, ich habe nur Sehnsuchtsprojekte, Sehnsuchtserledigungen, ich weiß nicht. Das ist aber, das Krasse ist so, erst dann lassen sie mich los. Das ist auch so ähnlich wie, immer wenn ich ein neues Album mache, dann bin ich auch total in dem Album drin. Und wenn es dann fertig ist, wenn der Release-Tag ist, wenn die Videos abgedreht sind und so weiter, dann fällt immer irgendwas vor mir ab. Ich falle dann einen Tag immer kurz in so ein schwarzes Loch, weil so ist wie, jetzt habe ich keinen Lebenssinn mehr, so nach dem Motto, weil das das Projekt war. Und dann fällt dir wieder ein, dass da eigentlich noch ein ganzer Aktenschrank voll ist. Das auch, aber ich bin auch super froh, weil eben dieses Erkennen, ah, das ist dann weg. Aber ist es auch Befriedigung oder ist es eine Erleichterung? Befriedigung ist es immer, aber mehr in dem Prozess des Machens. Das ist die Befriedigung eigentlich. Ich würde auch sagen, das sind die schönsten Momente von mir als, ich sage jetzt einfach mal als Künstler, ist immer der Prozess des Erschaffens. Ich trage, wie gesagt, wie ich es eben gesagt habe, ich trage gerne vor. Ich bin gerne Entertainer an der Stelle, aber das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt. Das Kreieren erfüllt mich und der Vortrag, sage ich jetzt mal, ist nur an zweiter Stelle. Aber ich kenne dich jetzt in einer halben Stunde ungefähr und ich kann jetzt schon sagen, dass das einfach von vorne bis hinten gelogen ist, weil es ist unmöglich, dass du nicht deutlich mehr Ideen hast, als du Dinge umsetzt. Also das heißt, du musst ja schon auch bei vielen Sachen offensichtlich sagen können, okay, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das sage ich jeden Tag, immer. Auf jeden Fall. Das ist so, meine Schubladen sind voll mit Sachen, wie gesagt, mein Kopf ist voll mit Geistern, die mich verfolgen, die ich noch unbedingt umsetzen muss. Das ist auf jeden Fall so. Es gibt nur Sachen halt, die sind so, wo ich sage, das kann ich auch in zehn Jahren machen, wenn ich dann auch lebe. Ja, ja, aber ich bin ziemlich im selben Alter wie du. Mir ist jetzt auch erst klar geworden, dass eigentlich mein ganzes Leben, ich habe immer gedacht, ich habe mich für Sachen entschieden. Ich mache dieses, ich mache jenes. Eigentlich hast du sie gegen. Ich habe mich eigentlich gegen so viel mehr Dinge entschieden. Und das ist, glaube ich, eigentlich die große Schwierigkeit, sich gegen Dinge zu entscheiden und da das richtige Maß zu finden und auch seinen Frieden damit zu machen. Und dass es mehr Dinge gibt, die du niemals tun wirst, wo du sie gerne tun würdest, als Dinge, die du tatsächlich tun kannst. Ja. Ein bisschen ist ja auch die Kunst manchmal da drin, sich gegen Sachen zu entscheiden. Ich glaube, man muss immer nur ziemlich schnell nachforschen, ob es das Richtige dagegen war an der Stelle. Ja, ja, also dass du dich nicht aus Angst der Güte dagegen entschieden hast oder das ist zu groß oder so. Und wenn, und wenn, und selbst wenn, ey, auf der anderen Seite muss man auch sagen, und selbst wenn doch, dann ist es wichtig, das schnell vorbeiziehen zu lassen und was Neues irgendwie in sich wachsen zu lassen. Weil das ist dieses Ding mit diesen unerledigten Geistern, wenn die quasi, wenn man sich dafür entschieden hat, das nicht zu machen selber, dann ist das ja quasi aber auch ein erledigt Tag und dann muss es gehen. Ah, ja, das stimmt. Das ist auch ein erledigt Tag. Das ist ganz wichtig. Weil ansonsten sind das nicht mehr die guten Geister. Aber das erfordert ja schon eine ganze Menge an Reflexionen auch letzten Endes. Dass man, weil häufig ist es ja so, dass man, also ich würde sagen, all die schlechten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, ich meine, davon hat jeder welche in seinem Leben. Ganzen Sack. Zwei Säcke, drei, vier. Weihnachtssäcke, passen dran. Ganzen Säcke, fünf Säcke. Aber ich würde sagen, die, wo ich wirklich sage, okay, das waren scheiß Entscheidungen, waren wirklich, dass ich dann Jahre später nochmal drauf geschaut habe und gesagt habe, okay, ich dachte, ich habe mich aus diesem und jedem Grund dagegen entschieden, aber eigentlich hatte ich nur Schiss. Oder ich habe mich eingeengt gefühlt. Oder ich hatte Angst, dass ich was verliere. Oder solche Sachen. Aber es gibt ja schon einfach positive Gründe, sich gegen was zu entscheiden und negative. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Dass man eben es schafft, irgendwie zu sagen, okay, ist das wirklich ein guter Grund, sich dagegen zu entscheiden? Oder ist das eigentlich jetzt nur wieder mein Inneres? Aber weißt du, das ist auch egal, weil genau das, was du sagst, wo man sich gegen, dass man sich gegen etwas entscheidet und das und dann nochmal reflektiert, warum das so ist, das hat man ja auch bei Sachen für, die man sich entschieden hat an der Stelle. Das stimmt. Aber du musst es halt wissen, weil nur so kannst du ja wachsen, dass du am Ende einmal sagst, okay, so war es tatsächlich. Es war eine Scheißentscheidung oder es war eine gute Entscheidung. Und dementsprechend werde ich weitermachen. Ja. Ich finde, am meisten lernt man tatsächlich aber aus den Entscheidungen, die sich später als nicht so gut herausstellen, dass man es gemacht hat. Moment, also die, die sich als nicht so gut herausgestellt haben, dass du es gemacht hast. Ja, dass man sich gar nicht unbedingt dagegen entschieden hat, sondern dass man es gemacht hat, weil dann weiß man nämlich in Zukunft viel einfacher, ey, das mache ich nochmal, mache ich nochmal. Damit belaste ich mich nicht wieder. Weil dann kann man, man kann das sogar kategorisieren manchmal so. Also macht man jetzt nicht per se die ganze Zeit das, sondern macht das intuitiv so, aber so schaufelt man sich, sag ich jetzt mal, viel Freiraum. Aber sind das häufig dann Sachen gewesen, die von dir auskamen oder Sachen, die Leute an dich herangetragen haben? Weil ich habe festgestellt, dass ich lange, lange Probleme hatte, Nein zu sagen, wenn ihr was mir wollte. Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, ganz, das ist, vor allen Dingen, wenn man, du bist bestimmt auch selbstständig ziemlich lange unterwegs. Mein ganzes Leben, ja. Ja, ich auch. Da geht das am Anfang sowieso nicht. Da ist man quasi, weil man immer das Gefühl hat, dass man, wenn man Dinge nicht annimmt, dass Chancen vorbei rennen halt so. Ich glaube, das ist auch ein Generationsding. Ich glaube, viele jüngere Leute, also ich will es mir nicht anmaßen, allzu viel über das Alter zu wissen. Aber ich glaube, wir haben vor allen Dingen damit zu kämpfen, dass wir in unseren Köpfen drin haben, dass es noch Chancen gibt, die man unbedingt ergreifen muss, sonst sind sie weg für immer. Das ist diese schwarze Angst vor, oder finstere Angst vor dem Scheitern selber, was, weiß ich nicht, was so Teil der Erziehung der 80er, 90er Jahre vielleicht, oder allgegenwärtig war. Meinst du, es ist heute besser geworden, ja? Ich glaube, es ist besser. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass junge Leute viel klarer definieren können, worauf sie gar keinen Bock haben und das nicht machen. Weil die sagen, das Wort toxisch gab es ja früher nicht bei uns, oder? Kannst du dich daran erinnern? Also auf jeden Fall, was völlig anderes bedeutet dann, wenn... Ja, genau. Also, weißt du, so das... Und ich würde sagen, da gibt es zumindest eine Entwicklung, die vielleicht aber auch ganz positiv ist. Ich glaube es auch. Der Grund, warum ich gefragt habe, ist nur, dass ich glaube, es ist ja schon nicht nur eine Erziehungsfrage, es ist ja auch zutiefst menschlich einfach, dass man Angst vorm Scheitern hat. Du wirst aus dem Rudel ausgestoßen und der Löwe frisst dich auf, ja? Ist ja so ein bisschen der Ablauf, der, glaube ich, ganz tief in uns noch einfach drinnen sitzt. Und... Aber deswegen ist es eigentlich ermutigend, wenn du meinst, dass da vielleicht sich an der Erziehung sowas geändert hat, dass die Leute nicht mehr so krass übermannt werden oder dass diese Angst nicht so, ähm, nicht so triggert die ganze Zeit und dann eben zu schlechten Entscheidungen führt. Weil ich meine, ich kämpfe jeden Tag dagegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe eigentlich jeden Tag irgendwie diesen Dämon. Ach, das legt man ja nicht ab. Nee, ich habe das auch. Das ist immer dieser, der ständige, der nagende Selbstzweifel. Ach, du bist ein Nichts. Aber warum denn eigentlich? Keine Ahnung. Halt's Maul. Mach jetzt. Arbeite los. Wenn du nicht arbeitest, dann... Aber das ist ja total geil, wenn man mal den Moment hat, wo man sagt, wieso denn? Weil da kommt nie was dagegen. Es ist wirklich dieser Dialog, man kann ihn ja wirklich führen, als man kann sich ja so aufzwirbeln in zwei Teile. Oder drei oder fünf. Und es kommen wirklich selten gute Antworten zurück, wenn man tatsächlich da mal nachfragt. Ja, ich... Ja. Und ich glaube, es hat auch viel manchmal auch mit der... Also man müsste eigentlich tiefer graben. Man müsste dann... Weil es gibt ja bessere Zeiten und schlechtere Zeiten auch. Auch wie man sich selber einschätzt, wie man arbeiten kann und so weiter. Und ich glaube, das muss man auch immer gut hinterfragen. Also an der Stelle, dass man auch sagt, wenn Maul sagt so, heute ist einfach kein guter Tag. Heute entscheide ich gar nichts. Ich mach nichts. Ja, ja. Und es geht auch nicht mehr um Entscheidungen und irgendwas so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also... Ich hab früher immer gedacht, dass ich faul bin. Wartest du was? Dass ich faul bin. Ja. Und ich hab jetzt gemerkt, dass ich in dieser Annahme, dass ich faul bin, bin ich quasi zum Workaholic geworden, ohne es zu merken. Und... Ja, da ist eben dieses... Das zu merken. Ich hab irgendwie... Ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Ich glaub... Aber ich hab das auch. Es hat was... Aber oft damit zu tun, dass man das... Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber dass man das aus einem Regulament heraus eher vorgeworfen bekommen hat, weil man sich nicht für das, was von einem erwartet wurde, interessiert hat. Beispielsweise in der Schule oder sowas. Weißt du, was ich... Also... Ich bin nicht... Weil ich weiß, ich bin nicht faul. Ich bin das Gegenteil. Es gibt nur Sachen, die mich nicht interessieren. Ja. Ich lüge auch eigentlich, weil es ist genau, wie du sagst. Ich hab, ähm... In der Schule war ich... Ich war sehr gut in den Sachen, die mich interessiert haben und grottenschlecht in den Sachen, die mich interessiert haben. Genau, das ist das. Genau das, was du eben sagst. Ähm... Und eigentlich hab ich relativ schnell begriffen, dass ich nicht faul bin, sondern dass ich nur eben, ähm... Nicht einsehe, irgendwelchen Sachen nachzurennen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie mir eigentlich einen Scheißdreck bringen. Ähm... Aber dadurch hab ich, glaub ich, dann eben nicht gedacht, dass ich faul bin, sondern dass ich sehr gut darin bin, ähm... Zu priorisieren und mich nicht stressen zu lassen. Und... Eben in dieser Annahme hab ich mich, glaub ich, so sicher gefühlt, dass ich nicht gemerkt hab, dass ich sukzessive eigentlich zum totalen Workaholic geworden bin. Mhm. Weil man ja immer so ein Bild von sich hat und wenn man denkt, das hab ich eigentlich, das hab ich gemanagt, das hab ich drauf. Das sind, glaub ich, die Sachen, wo man am allerleichtesten dann richtig auf die Schnauze fällt. Ich glaub, man fällt sowieso immer auf die Schnauze, wenn man die ganze Zeit probiert, sich selber, äh... krass zu selbst zu optimieren, im Sinne von... Weil das sind ja auch die Worte, die du sagst, wie... Das hab ich gemanagt, ich hab das im Griff und sowas. Ey, im Grunde... Wie oft ist das, dass man immer denkt, so... Also genau selber, dass man sich selber kategorisiert und sagt, das hab ich jetzt. Jetzt bin ich da. Äh... Dann ist das... Dann muss nur eine Sache, keine Abweichung im Leben passieren. Äh... Ey, sei es Corona, sei es irgendeine... Eine... Selbst eine Krankheit, sei es irgendwas in der Familie... Und du beeinflusst nichts davon. Überhaupt so halt das... Ne, oder das beeinflusst dann auf einmal das gesamte Tun überhaupt, weil ich mein, im Grunde, was... Ich glaub, das ist... Also, ich mein, alles kann einen so einfach und so leicht aus irgendeiner managbaren, äh... Bahn werfen... Ja, ja, ja. Und das meine ich eben. Du hast keinen Einfluss darauf. Genau. Kein Einfluss. Gar nichts. Ich denke immer, du kannst halt... Du kannst so einen Weg einschlagen, den du gehen möchtest. Und dann wirst du die ganze Zeit nach links oder rechts geschubst von irgendwas. Und dann musst du halt schauen, okay, jetzt justiere ich irgendwie. Und manchmal kommst du ganz woanders raus als geplant. Genau. Aber wenigstens hast du so die Richtung gehabt und bist dann flexibel geblieben halt. Genau. Das kann man natürlich dann kanalisieren, wie man... Also, so, sodass man... Dass der... Ich sag jetzt mal, der... Wie du sagst, der... Der Bereich, wo du von links nach rechts geworfen wirst, der Kanal immer enger wird so halt. Muss man nur darauf aufpassen, dass man nicht stecken kann. Ja, ja, ja. Man kann sich jetzt eingerufen. Im Positiven wie im Negativen. So, und, ähm... Äh, ähm... Aber das... Ja, das ist es eigentlich. Du hast dir eine ganze Menge Aufgaben gegeben. Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen angeteasert, dass du so viele unterschiedliche Sachen machst. Und damit hast du dir eine ganze Menge Sachen gegeben, wo du eigentlich scheitern könntest. Oder dir sagen könntest, da muss ich jetzt noch mehr drin machen oder sowas. Und... Also, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die zwei großen Sachen, sind ja eigentlich die Musik und die Illustration bei dir, oder? Kann ich das... Illustration? Ist das das richtige Wort? Ja, ich finde das Wort Illustration ist immer so... Ähm, das ist so ein... Für mich ist das immer ein Werbewort. So, halt, äh, an sich so... Ich hab immer... Ich mach's ganz einfach. Ich hab immer viel gezeichnet, immer viel gemalt. Das klingt sehr... Sehr, sehr platt. Aber das ist es ja... Es lässt sich auch so schlecht verkaufen eben, weißt du. Genau. So, Illustration. Ich bin übrigens Illustrator. Das hab ich übrigens früher auch gesagt. Also, ich... 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 Ich finde... Aber du bist das ja normal. Ich will mich davon nur freimachen an der Stelle im Sinne von so... Das ist... Und zwar deshalb... Nicht, weil ich das... Ich will das nicht kleinreden oder so, sondern ich will sagen, das ist nicht nur das. Das ist quasi generell... Weil ich... Ich betrachte das... Das Kreieren von Sachen ist für mich... Immer das Gleiche. Es ist ganz egal, ob es... Für mich ist es auch immer was Einheitliches. Und ich kann das auch nicht von einer lösen, weil ich mach auch viel, viel mehr. Ich dreh alle Musikvideos. Ich, äh, ähm... Also, die... Weiß ich nicht. Die letzten 15 Musikvideos von uns hab ich alle gemacht, so halt. Auch die anfänglichen alle, so halt. Also, ähm... Ich... Ich... Ich produziere die Alben. Ich, ähm... Ich, ähm... Ich, ähm... Du machst das Artwork. Ich mach das Artwork. Ich mache... Merch. Ähm... Genau. Ich... Also, ich mach in diesem Sinne irgendwie alles. Ähm... Ähm... Das ist auch manchmal so schwierig zu erklären, wenn man da selber nicht so drinsteckt, dass man wirklich alles macht, so an der Stelle, weil man denkt dann immer... Oder Leute denken, dass man dann eigentlich ja mehr so... Das geht ja nicht im Sinne von, äh... Wie kann man denn... Äh... Wie kann man... Dann ist das ja nur Hobby, so ungefähr, so halt. Ähm... Du darfst nur eine Sache sein. Genau. Das ist... Das ist... Aber das ist ein... Ich würde sagen, das ist ein vorherrschender Gedanke bei vielen Leuten an der Stelle, so halt. Ähm... Ähm... Aber für mich war es immer... Auch... Es war schon immer so, dass... Also, dass für mich zum Beispiel die Musik, die man rausbringt, mit dem Artwork, ähm... Mit der... Mit der außen, ich sag jetzt mal, Präsentation und sich, dass das muss alles zusammenwirken und atmen an sich so. Und ich fand, das war immer das Spannendste, das zu kreieren. Ich hab immer früher auch direkt schon bei unseren ersten Demos auch quasi, hab ich schon, ähm... Habe ich die... Die Artworks angefangen zu zeichnen und, äh... Ich meine, ich hab ja auch Fotos gemacht, alles wirklich so. Einfach, ich hab... Ich hab probiert, mit allen Medien, die mir zur Verfügung standen, irgendwas zu schaffen, so halt, ähm... Mir war es auch scheißegal, ob ich irgendwie gut da drin bin oder nicht. Das wusste ich nicht. Keine Ahnung. Ich wusste nur, dass, was dann da war, äh... Das gefällt mir so halt. Und damit kann ich dieses Gefühl, was ich da mit der Musik gemacht habe, noch verstärken, noch mehr verstärken, äh... Vielleicht sogar verdoppeln, verdreifachen, vertiefen, ähm... Dem Ganzen eine Dimension geben und, und das fand ich spannend. Und dazu gehört dann ja quasi, wenn es ein ganzes Drumherum gibt, das heißt, äh, es gibt, oh, es gibt Musikvideos, es gibt, äh... Es gibt, äh, es gibt auch vielleicht sogar, ähm... Randbereiche einer Kampagne, die man damit, ähm, äh... Ja, weiß ich, entwickeln kann, äh, eine eigene, neue Geschichte erzählen, so halt, also... Es sind ja auch so viele spannende Aufgaben wieder, irgendwie sind sehr reizvoll. Ja, vor allen Dingen auch im kleinen Teil. Ich bin ja auch leider ein ziemlicher Nerd, so halt. Ja, ja, ja. In den letzten Jahren habe ich halt angefangen, wie gesagt, die letzten drei Alben habe ich selber produziert, meine Sachen auch. In der heutigen Zeit ist es sogar ganz gut, wenn man Sachen selber machen kann. Ich glaube, jetzt ist es auch viel mehr akzeptiert, oder? Oder vielleicht eher sogar so ein, so ein, so ein Ehrenabzeichen. So diese, diese Lenny Kravitz spielt alle Instrumente aus seinem Album Idee, die damals noch so total freaky war, ist jetzt heute irgendwie mehr so, ja, wird irgendwie wertgeschätzt, glaube ich. Ja, es ist, ähm, auf jeden, das, das kann sein. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch manchmal so ein, ich habe manchmal das Gefühl, es ist immer sehr, sehr deutsch, dass man das eben nicht wertschätzt. An der Stelle so, sondern dass man so denkt, hm, das ist aber, weiß ich nicht. Oder lass es mich andersrum sagen. Ich glaube, dass diese Idee, dass man für irgendein großes Projekt, brauchst du eine Riesenagentur, die alles komplett von vornherein aufdröselt. Ja. Ich glaube, die ist auf jeden Fall nicht mehr so stark wie früher. Früher hat man dafür Firmen, haben Leute, die dann irgendwie kreativ arbeiten wollten, riesige Firmen aufgebaut. Erik Spiekermann war da so ein Beispiel, der mir mal gesagt hat, er hat dann extra eine Firma aufgebaut, in der er halt für die deutsche Bahn die Ebenen spiegeln konnte. Ja. Ich wusste, sonst nehmen die sich nicht ernst. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es heute nicht mehr so stark ist. Ich glaube auch, das stimmt auch. Man muss auch, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, jetzt für das Beispiel, was du genannt hattest, so, bei Musik ist es ja auch noch, sag ich jetzt mal, es ist ja ein deutlich kleinerer Bereich selber halt so. Also da geht es nicht immer nur darum, wie was innerhalb eines Unternehmens wirken kann und so weiter, sondern da hast du dann ja quasi, ich sage einfach, kleinere Projekte selber. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, glaube ich, und das ist es auch, und das, was ich da erkannt habe, ist, gerade wenn es etwas nischiger ist, da ist man sein eigener Experte an der Stelle so halt. Klar ist es auch so, jetzt, ich brauche manchmal gut reden, so, ich, über die 20 Jahre, weißt du, wir haben, wir haben mit Produzenten gearbeitet, wir haben, ey, sowieso mit so vielen, unendlich vielen guten Leuten gearbeitet, wo ich mir auch echt viel abgeschaut habe. Also die Sachen rausgenommen habe, die ich toll fand und für mich selber dann auch noch weiterentwickelt habe. Aber ich habe halt erkannt, dass es einfach, dass es kein Hexenwerk ist und dass man keine Angst davor haben muss, sondern dass man relativ anarchisch auch an Sachen rangehen kann. So eine Punk-Mentalität ein bisschen, einfach alles selber machen. Ich glaube, das ist sowieso wichtig, dass man das also quasi am Anfang auf jeden Fall hat. Ich glaube, ganz am Anfang hat man das eh, nur irgendwann legt man das ab, weil man professionell sein will, um sich auf eine Sache zu konzentrieren. Um den Außeneindruck zu wahren. Genau, so, und dann, und dann, ähm, es ist so, wie dann gehst du ins Studio, hast deinen Produzenten, dann hast du noch die Leute, die sich hierum kümmern, das und das. So, ich nehme mal eine Art Entourage selber. Und häufig ist es ja auch so, man möchte mit dem und dem Produzenten oder Produzenten zusammenarbeiten, weil es so ist, wie ich möchte mir einen Porsche kaufen. Ja. Sieht halt gut nach außen aus, ich schmücke mich damit irgendwie. Steht gut auf den Liner-Notes dann. Ja, das ist definitiv an der Stelle so halt und hat auch selbst gehabt schon und ich kann nur sagen, 50 Prozent von den Sachen funktionieren dann und 50 Prozent ist man richtig schwer enttäuscht. Aber diese Enttäuschung ist eigentlich ganz gut, weil man dann, zumindest wenn man was daraus ziehen kann, nämlich, dass man merkt auch und sieht so, okay, krass, viele Leute kochen auch nur mit Wasser. Und manche Leute haben, die sich Profis an der Stelle schimpfen, die sind auch Profis, aber die sind nicht eventuell in dem, was du machst, Profi, so halt. Aber bei der Gelegenheit möchte ich mal, also ich schmeiße erst mal dieses Wort Perfektionismus in den Raum. Und ich finde Perfektionismus ist eben, wie du sagst, wenn man in der krassen, krassen Nische ist, dann glaube ich, kann das sehr cool sein. Wenn du da jemanden hast, wo du wirklich hingehen kannst und du weißt, der schleift dir das Ding einfach auf Gold, ja. Aber wenn man so viel macht wie du oder auch ich, dann muss man sich da krass von lösen. Du musst ja irgendwann sagen, 80 Prozent ist einfach gut genug, weil sonst die restlichen 20 Prozent fressen die halt die komplette Zeit weg, oder? Ich finde, es kommt drauf an. Es ist so, man darf das nicht in, ich will auch nicht die ganze Zeit immer sagen, nee, das stimmt nicht. Gut, hey, ich bin froh, wenn du sagst, wie langweilig wäre das, wenn wir die ganze Zeit im Kopf mit einem Tier setzen. Ich finde, das in, weil es selbst auch in Prozente zu packen, das ist so wie das Selbstoptimieren, ich weiß, was du meinst, aber sollte man gar nicht machen. Denn wenn man findet, dass das gut genug ist, dann sind das die 100 Prozent, weil der Rest, dass man glaubt, dass das besser sein kann, weiß man ja gar nicht. Und das wird auch niemand anders wahrnehmen, vor allem die letzten 20 Prozent. Wenn du weißt, dass das besser gehen kann an der Stelle und es an einem nagt, dass es so ist, so, ich mach's da meistens so, ich geh da meistens noch die Extrarunde so an sich, das ist aber, ich weiß aber, was du meinst mit so, man muss sich nicht bis zur vollendlichen Selbstaufgabe daran, aber das sind quasi so, weil es ja oft in Projekten so viele kleine Teilbereiche gibt, so halt so, ey, die 100 Prozent, von denen man immer spricht, das ist sowieso nur Fantasie. Erreicht man eh nie. Vor allem, was soll das eigentlich sein, diese 100 Prozent? Keine Ahnung. Gibt's da auch, man macht's da Ding, 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 wie bei Super Mario und du springst oben an die Fahne, ich hab keine Ahnung, was 100 Prozent sein soll. Vor allem, man ist ja auch Anteil von, ein guter Song ist ein guter Song und ob der jetzt irgendwie mit, nur mit, um einen Prozent zu sagen, 50 Prozent guter Technik aufgenommen ist oder mit 100 Prozent, ey, ob es das dann am Ende, ob es das erfolgreicher gemacht hätte, keine Ahnung. Und manchmal ist ja auch die Frage, ob das mit den 50 Prozent der Technik nicht vielleicht besser geklungen hätte am Ende. Richtig. Du weißt es ja einfach nicht. Genau, und das ist es. Und deshalb, diese 100 Prozent, die gibt's in diesem Sinne, die existiert nicht. Es ist einfach so, wenn du findest, dass das gut ist, dass du Bock drauf hast und dass das so rausgehen kann, dann geht das so raus. Aber das ist eben halt auch die Selbstwahrnehmung, dass du dich nicht selber eben da reinfrisst und irgendwie sagst, nee, das muss jetzt noch so und so sein, ja, eben auf diese fiktiven 100 Prozent hin. Und das finde ich auch wahnsinnig schön, das finde ich immer noch wahnsinnig schwierig. Und ich hab, ich bin manchmal so lächerlich stolz auf mich, wenn ich einfach sag, fuck it, ich mach daran jetzt nicht weiter, das geht jetzt einfach genau so raus. Oder auch so E-Mails. Ich hab früher E-Mails, hab ich stundenlang dran rumgepfeilt, bis die Formulierung... Oder die Leute sich das nicht mal richtig durch... Ja, und selbst wenn sie es sich durchlesen, die lesen ja was völlig anderes daraus, weil sie es in einem anderen Ton hören. Sie wurden gerade irgendwie von einem, ihr Auto wurde angefahren, hier parken, das sind eh schon scheiße drauf. Auf einmal ist der Satz, den ich total nett gemeint hab, klingt total hämisch oder so. Du kannst es ja eh nicht beeinflussen, wie es ankommt. Bei der Musik ist es ja ganz krass so. Du kannst vielleicht eine Stimmung schaffen, aber die Frage ist ja nicht nur, welche Stimmung hat diese Musik in sich, sondern auch in was für einer Stimmung ist der Zuhörer oder die Zuhörerin. Und was ergibt sich, wenn diese beiden dann aufeinandertreffen am Ende. Und da bist du ja eben nur 50 Prozent von. Ja. Ja. Also es ist total spannend, was du sagst mit den E-Mails, weil eigentlich sollte man sich ja die, wenn man die E-Mail schreibt, gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was könnte der andere eventuell denken. Es ist, in der Psychologie gibt es einen Begriff dafür, der heißt, ich weiß nicht, ob es der genaue Begriff ist, aber es heißt irgendwie Zukunftsvoraussehung an einer Stelle. Also es ist quasi so, es ist eine Art Issue, die man selber hat an sich, dass man sich schon mit zukünftigen Fantasy-Problemen der anderen quasi belastet. Denn, aber das mache ich auch. Ich glaube, das macht auch jeder, also es ist halt eine Frage, wie empathisch bist du? Und empathisch meine ich jetzt nicht als ultimativ gute Eigenschaft, sondern einfach wie empathisch bist du? Wie sehr versetzt du dich einfach zwanghaft in die Köpfe von anderen rein? Das hat auch was mit Angst von Kontrollverlust an der Stelle zu tun. Das ist, weil man ja einfach das Gesagte, was man da sagt, einfach abgibt. Und man möchte, dass man genau richtig verstanden wird. Krass. Ja, ja. Aber das kann ich voll nachvollziehen. So, das ist ... Wie läuft denn das bei dir mit der ... Okay, also mit dem Malen, ja. Aber das Problem ist, weißt du, du machst ja nicht nur eure eigenen Sachen, ja. Aber du machst ja auch noch für andere Bands und so. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt muss man einfach ... Das heißt, man muss nicht, aber es macht es klarer, wenn man es einfach dann als Illustration titelt. Weil du halt tatsächlich eine Dienstleistung ja letztendlich irgendwie auch da drin bist. Auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin aus dem ... Ich sage jetzt auch ganz knallhart, aus dem Dienstleistungssektor an der Stelle bin ich raus. Ja. Also ich mache es noch ganz, ganz selten, ab und an mal. Das ist dann aber mehr so, dass ich dann persönlich selber Bock drauf habe oder ... Aber das war es richtig, Geld damit verdienen mache ich nicht mehr. Ich mache das, ich benutze das nur noch für meine eigenen Projekte. Und ich meine, ich will sagen, ich sage niemals nie so an sich so halt, aber ich bin da genau aus dem Grund, weil ich bin kein guter Dienstleister, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das ganz lange probiert. Ich hatte auch mal eine kleine Werbeagentur gehabt. So, das ist alles schon lange her, passé. Und habe probiert, auch einem Bild zu entsprechen an der Stelle. Und da muss ich sagen, oder das habe ich für mich erkannt, das bin ich nicht an der Stelle. Das ist natürlich auch immer so oft schön gesagt, weil wenn man darauf angewiesen ist, also das ist ja so wie, ja gut, willst du das so wenig, dass du kein Geld mehr verdienst? Das muss man sich ja auch manchmal fragen. Hat man noch eine Alternative? Hat man eine Alternative und ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, ich möchte das quasi in diesem Sinne nicht mehr wirklich anbieten. Aber heißt das, du machst überhaupt nichts mehr für andere Bands? Ich habe bis die letzten Kunden, also viele Sachen haben sich einfach mit der Zeit erledigt. Ich nenne jetzt auch extra nicht Namen. Okay, ich glaube, ich kann mir denken, sagen wir, es hat vage mit Flugzeugen zu tun, der Name wahrscheinlich. Aber dann war ja auch noch, für KIZ hast du ja auch irgendwas gemacht und so. Ich weiß nicht, wie da die... Jetzt habe ich es verstanden, ja. Ja, ob da die Sachen auseinandergegangen sind oder wie, aber ich... Ach nee, das war mit KIZ, das waren nur so ein paar Merch-Motive. Das war jetzt nichts, nichts krass Eklatantes. Aber auf sowas keinen Bock mehr. Ich kann mir manchmal auch vorstellen, dass man halt irgendwie sagt, okay, das sind halt irgendwie Künstler, die finde ich irgendwie gut und dann habe ich irgendwie Bock drauf, da irgendwie was zu machen oder... Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Bereich, da bin ich nicht mehr... Da bin ich nicht mehr... Das macht mir keinen Spaß mehr auch. Das ist quasi so, ein Motiv zu machen. Das ist nämlich genau entgegen dem, was ich eigentlich ja machen will. Das ist so ein ganzes Ding machst du ja. Ich bin mehr in diesem Worldbuilding an der Stelle unterwegs. Das interessiert mich. Das generell etwas zu erfinden, zu entwickeln und so. Also da wäre ich eher noch quasi in einer, sehe ich mich in Zukunft, wenn ich für Leute arbeite, eher noch in irgendeiner Produzentenrolle oder sowas. Obwohl ich da auch sagen würde, selbst das ist nur ein Teilbereich. Aber das ist ja genau das, was wir vorhin auch gesagt haben. Man verändert sich halt mit der Zeit. Es ist ja vollkommen okay, wenn Sachen abstößt. Für mich war es auch so, ich habe 20 Jahre lang Webdesign, Grafikdesign, Fotografie, so One-Man-Band-mäßig gemacht. Kennt man ja. Und es war auch cool, es war auch witzig, manchmal war es auch scheiße, wie halt jeder Job irgendwie ist. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, nee, ist einfach, dieses Kapitel ist einfach durch jetzt. Und das ist ja auch wahnsinnig befreiend. Also es ist ja nicht so, als müsste man dann irgendwie sagen, ja nee, das mache ich nicht mehr, weil Rechtfertigung A, B und C. Sondern irgendwie, nee, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe was anderes gefunden, wo ich jetzt mehr Lust drauf habe. Und that's it now. Ja. Und dann guckt man auch einfach, wie das funktioniert. Und funktionieren ist ja immer so, funktionieren bedeutet ja eigentlich nur, ob man damit dann auch Geld verdient. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten so, außer man hat Geld, was weiß ich, und dann ist es egal, das gibt es auch. Aber solange es funktioniert, ist es doch ein, würde ich mal sagen, ein Segen als Künstler, als, ich mag das Wort kreativer immer, finde ich immer so, so kreativ ist alles. So halt kann man ja auch, weiß ich nicht, man kann auch kreativen Businessplan machen oder so halt. Aber ich sage jetzt mal, in der Entwicklung von Welten, von visuellen Welten, audiellen etc., dass man damit irgendwie einigermaßen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, das ist für mich so ein bisschen so der, keine Ahnung, Jackpot. Voll. Und für mich ist es auch immer so, wenn du, ich finde, wenn du an dem Punkt bist oder wenn du was gefunden hast, was eben dann funktioniert monetär, dann schuldest du es dir selber fast eigentlich, dann auch wirklich möglichst wenig Kompromisse nur noch einzugehen. Weil wenn du dir schon deinen eigenen Job bastelst und die Welt, wie die, wie die sie mir gefällt, wie die, wie die sie, wie die, naja, der alte Pipi-Langspruch halt, dann solltest du es auch richtig geil machen und nicht dann tausend Kompromisse eingehen. Solange du es dir leisten kannst und von den Verpflichtungen her, die du hast, ist es halt irgendwie okay ist. Ich meine, dann musst du das eigentlich machen, finde ich. Dann musst du es machen. Ey, auf jeden Fall. Und selbst dann auch, sich trotzdem nicht fertig machen, selbst wenn es mal nicht so geil läuft oder so. Nee, eben. Und ich finde, es gilt auch wirklich in jedem Bereich. Also es ist nicht nur, wenn du selbstständig als Designerin arbeitest oder wenn du eine Metalband hast oder sonst was. Auch wenn du in einer Werbeagentur angestellt bist oder so. Du musst dir den Job suchen, der wirklich zu dir passt, wo das Team gut ist und alles. Und nicht irgendwie sagen so, ja, ich mache Design, ist ja voll cool, aber eigentlich bin ich eine Agentur, die scheiße findet oder so. Dann such dir die Sachen, die dann wirklich zu dir passen. Ich meine, das wäre auch für die Agentur dann besser. Ja, eben für alle. Für Kunden, für Agentur, für, ja, wirklich einfach für jeden. Das ist eine Win-Win-Win-Situation dann. Auf jeden Fall. Wenn sich alle gegenüber sitzen und sagen, ich habe Bock auf das, was ich mache, so an sich, oder ich habe da kein Problem mit, das reicht ja schon. Weißt du, es muss ja nicht immer, ich mache auch manchmal trotzdem Sachen, so, weißt du, so technisches Zeug an der Stelle, die dazugehören, auf die ich nicht immer Bock habe, so halt. Ja gut, es gehört zu jedem Job dazu. Jeder Job hat scheiß Aspekte. Ich glaube, die sind auch wichtig, weil wenn du die nicht hättest, würdest du nämlich auch nicht mehr die guten Aspekte so wertschätzen, wie du es so tust. Als Mensch sind wir schon, wir brauchen beide, wir brauchen zumindest ein bisschen Gegenstück Scheiße, damit wir das Gute richtig wertschätzen können. Es muss schon ein bisschen Scheiße schmecken. Es muss ein bisschen Scheiße sein, ja. Es muss ein bisschen wehtun, ja. Darf nicht zu geil sein. Zu geil ist meistens immer so, warum ist das so? Was ist da passiert? Meistens ist es übrigens die Sachen, die dann immer… Ich finde, du kriegst es gar nicht mehr mit dann. Wenn es zu gut ist, kriegst du es einfach nicht mehr mit. Es läuft an dir vorbei. Genau, dann beschwert man sich. Dann wird man satt. Dann wird man… Dann sagt man… Weiß nicht, dann… Ja, das ist schon oft so. Dann kämpft man manchmal weniger. Aber ich finde, das wirklich Schwierige ist auch, dass egal zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben du diese Möglichkeit versuchst zu ergreifen, ja. Man hat immer hervorragende Gründe, in Anführungszeichen, warum das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich sage immer jedem, der irgendwie halt in seinen 20ern ist, go nuts, ja. Ich meine, du hast nichts zu verlieren. Du hast noch nichts und du hast noch nichts zu verlieren, ja. Aber dann kann man sich auch sagen, ja, aber das sind ja jetzt auch voll die wertvollen Jahre, um irgendwie was aufzubauen und so. Okay. Und dann bist du in deinen 30ern, ja. Und dann könnte man sagen, ja, okay, jetzt hast du ja schon was aufgebaut. Jetzt, also, ja, verliere ich das alles, was ich hatte oder so, ja. Und dann bist du in deinen 40ern und dann hast du irgendwie, ja, ich habe jetzt irgendwie 18 Kinder und fünf Autos, die ich finanzieren muss. Man findet immer sehr gute Gründe. Und die Gesellschaft, glaube ich, belohnt das ja auch zu so Sicherheit, ja. So ein Sicherheitsdenken irgendwie. Und da eben das aufzuwägen, was ist da jetzt wieder ein guter Grund und was ist eigentlich ein schlechter Grund, ist, glaube ich, halt auch wieder die Kunst dabei irgendwie. Und ich denke, ich war so lange so schlecht da drin. Meine Güte, ich bin immer noch schlecht da drin. Man lernt ja auch nie aus, was solche Sachen angeht. Was aber eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Also, ne, weil dann bleibt man in Bewegung. Eben, es muss ein bisschen scheiße sein eben wieder. Voll, weil ich wollte eben noch was sagen, weil du was, du hast das Wort finden benutzt so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer froh, wenn ich nicht zu tausend Prozent wirklich das finde. Weil man dann quasi die ganze Zeit immer weitergeht. Und das ist so, ich vergleiche das immer gerne. Es ist natürlich ein bisschen so leicht schwubelig oder so, aber ich finde diesen Anspruch davon, und so sehe ich das bei mir auf jeden Fall, das ist ein Begriff aus der Romantik, die Sehnsucht nach der blauen Blume, dass man sich immer nach etwas sehnt, was man nicht hat. Und das ist für mich so irgendwie eine Form von Antrieb. Deshalb mache ich wahrscheinlich auch so vieles Verschiedenes und immer wieder neu und reiß mal hier eine Brücke ab und starte noch an einem anderen Punkt nochmal. Und das ist einfach, weil man die ganze Zeit sucht. Und es geht gar nicht um das Finden. Und jetzt wird es platt, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, aber es ist genau das. Und das ist nämlich genau das, was macht man mit seinem scheiß Leben. Oder wir haben die, ich würde sagen, das Privileg. Wir wohnen hier, wir leben hier in überschwänglichem Luxus etc. Wir haben das Privileg, unser Leben mit so etwas zu füllen. Das ist eine, ich glaube, das ist auch in der gesamten Menschheitsgeschichte dann auch noch lokal begrenzt, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Man muss jetzt nicht in Ehrfurcht versinken oder sowas. Das ist egal. Aber man kann damit dealen. Das ist einfach so, weil wer sind wir? Wir sind eh nur. Keine Ahnung. Auf der letzten EP habe ich, das ist eine meiner Lieblingszeilen, aber es ist quasi, ich lebe in einer losen Schleife, bin vergänglich wie ein Stück Seife. Also es ist nämlich ganz einfach so. Wenn wir weg sind, sind wir weg. Dann trauert vielleicht noch irgendwer. Und dann sind die auch weg. Und dann erinnert sich wirklich niemand jemals wieder an dich. Und es ist quasi, es ist vollkommen egal an der Stelle. Damit will ich nicht, also ich will nicht sagen, es ist egal, was wir tun oder so, sondern aber dieses Prinzip von Go Nuts und Es zählt halt nur jetzt eigentlich. Genau. Es heißt nicht, dass man jetzt alles machen, dass man jetzt irgendwie die Karstadt ausrauben sollte oder sowas. Gibt es Karstadt überhaupt noch? Ich glaube, sie hat sich selber in Ruin gebracht schon. Ja, ja, ja. Aber ich meine so, wenn man die Chance hat, zu sich selbst irgendwie zu finden oder nicht zu finden, sondern sich selbst zu suchen, dann geh auf die Suche und das ist das Beste, was man haben kann irgendwie. Manchmal muss man das quasi sich auch trotzdem immer wieder so sagen, das beruhigt einen dann. So wie wenn man in die, wenn mal keine Wolken am Himmel sind, so in den Sternenhimmel schaut und denkt, ach krass, das sind ja alles Sonnen. Es gibt wirklich wenig Dinge auf der Welt und vielleicht stimmt es nicht, dass es wenig Dinge gibt, aber ich denke mal, ich bin nicht so leicht beeindruckbar, aber Sternenhimmel schafft es tatsächlich so ziemlich jedes Mal, muss ich sagen. Ja. Oh shit. Das sind eine Menge Sonnen. Ja. Und das ist alles und man muss nichts davon verstehen. Das ist ja auch noch geil, oder? Man muss nichts verstehen. Aber das mit den Zielen eben, um es nur noch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zu holen, quasi. Ja, sicher. Das mit den Zielen, also zumindest für mich war es so, dass mir irgendwann klar geworden ist, das ist wirklich wie so eine, wie der Esel mit dem Stecken und die Möhre ist vorne dran und egal wo er hinläuft, die Möhre ist immer vor ihm. Und so ist halt einfach unsere Psyche. Du wirst, sobald du, selbst wenn du die Möhre einmal erreichen würdest, würdest du die nächste Möhre wieder vorne dran machen. Ja, genau. Du willst ja gar kein Ende haben eigentlich. Also so funktioniert dein Kopf einfach nicht. Glück, Zufriedenheit oder Erfüllung ist immer nur temporär am Ende. Und ich glaube, du kannst Zufriedenheit durchaus erreichen. Du kannst zufrieden damit sein, zu wissen auch, dass du niemals das endgültig anhaltende Glück kriegen wirst oder sowas. Und einfach nur, das ist ein verdammt witziger Ride. Und damit kannst du, glaube ich, sehr zufrieden sein. Aber dieses Streben nach, okay, das nächste Album und dann habe ich es geschafft. Oder ich kaufe mir noch die Couch beim Ikea und dann bin ich glücklich. Ja. Oder wie auch immer, wie banal das Ziel eigentlich ist oder wie großartig es ist. Aber das ist es, man sollte immer nur in, also rein gefühlsmäßig, in kurzen Zeitschleifen sich Dinge überlegen. Aber auch da wieder, ich glaube, es ist schon gut, so einen großen Plan zu haben, aber den sehr flexibel zu halten, so eine Richtung. Und dann im Kleinen kann man eben sagen, okay, das mache ich jetzt genauso. Aber selbst da, wie du sagst, dann kommt Covid oder du stolperst oder was auch immer es ist. Weiß man nicht. Zeiten sind nicht sicherer. Oder Dinge, sage ich jetzt mal so, als, so wie man sie vor zehn Jahren eventuell eingeschätzt hätte. who knows, keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir eigentlich quasi am Ende sind. Aber deswegen würde ich gerne noch eine blöde Frage stellen, die ich mich am Anfang nicht getraut habe. Ich habe mit Metal oder so, ich habe, das Härteste, was ich höre, ist James Taylor so ungefähr. Also wirklich, überhaupt nicht. Aber was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass immer, wenn ich Leute kennenlerne, die auf Metal stehen, schaffen sie es jedes Mal, dass ich wieder überrascht bin. Weil ich glaube, das Klischee ist immer, dass du irgendwie harte Leute hast, die sich gegenseitig verprügeln die ganze Zeit und nur besoffen sind und so. Und das wurde wirklich noch nie bedient, dieses Klischee, das ich da habe. Sondern die Leute sind immer so wie du, reflektiert, vielleicht manchmal ein bisschen schüchtern. Das ist vielleicht das Einzige, wie ich sagen würde. Es gibt viele, glaube ich, die sehr introspektiv irgendwie unterwegs sind in der Szene. aber eigentlich ruhig und ausgeglichen und gut drauf. Ist die Musik, meinst du, das ist ein Ventil oder warum kommt häufig eigentlich so sanfte Typen, Mensch, zu so eigentlich harter Musik? Das ist definitiv ein Ventil, würde ich sagen. Das ist auch, ich würde, ich muss auch sagen, ich finde ja nicht nur Metal gut an sich so, aber Metal ist das, was mich geprägt hat, das was mich gepackt hat, auch inhaltlich so, was generell schwierige Themen etc. Und das ist aber, das selber zu machen, das ist eine kathartische Wirkung. Definitiv. Es ist, ja, das, ich weiß nicht, ob es daran liegt so oder ob es quasi nur der Durchschnitt ist von den Leuten, die du kennst an der Stelle, aber, aber ich würde auch, ich würde dem auch schon zustimmen, so an sich, so dass Metal oder harte Musik selber emotionale Musik beruhigt. Also, das würde ich dann quasi jetzt rein technisch gesehen nicht nur auf Metal ausweiten, sondern emotionale Themen generell so halt sich damit auseinandersetzen. Auch, ey, Randbereich Melancholie oder sowas, was jetzt quasi anderes Thema an der Stelle so ist, aber so sage ich jetzt mal, wenn man sich etwas zurückgenommener, vielleicht etwas pessimistischer mit Dingen auseinandersetzt, ist man vielleicht auch ein bisschen realistischer, auch wenn nicht so gute Sachen eintreten und dadurch vielleicht sogar ein bisschen ausgeglichener. So ein etwas stoisches Prinzip quasi, du bist schon darauf vorbereitet, auf den Worst Case. Ja, aber im Sinne von, dass man sich, ja, nicht stoisch in diesem Sinne, dass es, dass man, dass man nicht voll dynamisch ist, dass man quasi von einem Superpunkt zum Superfall kommt, sondern dass man auch weiß, die guten Zeiten haben immer ein Ende. So, das Leben hat ein Anfang und das Leben ist aber auch tot, sterben, so halt an sich so. und das ist quasi, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht da, und Metal ist ja auch ein Teil davon und beschäftigt sich inhaltlich ja auch trotzdem, nicht nur mit Drachen und, schon lange nicht mehr, würde ich sagen, so halt, aber quasi im Kern halt schon sehr damit so. Ich würde aber auch sagen, das ist für, für, für sämtliche subkulturelle Bereiche an der Stelle so. Aber da habe ich eben gerade überlegt und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil für mich war in meiner Jugend, ich hasse es, dass ich mittlerweile so alt bin, dass ich so Sachen sagen kann wie in meiner Jugend, ja, aber es ist halt nun mal so. Aber es ist halt nun mal so. Damals, vor Äonen und Äonen von Jahren, war es für mich eher so Hip-Hop, war so die Richtung. Und das war, ich glaube, dass das nicht so hatte. Ich glaube, dass Metal, und wie gesagt, von Metal habe ich sehr wenig Ahnung, aber es scheint mir so, dass da vielleicht irgendwie mehr Ehrlichkeit von Anfang an drin war, sich emotional verwundbar zu machen. Und im Hip-Hop zum Beispiel gibt es das heute durchaus auch. Aber ich glaube, dass das sehr lange gedauert hat, bis das da richtig angekommen ist. Da war sehr viel sich beweisen, Härte zeigen, sowas mit drin. Und vielleicht war, gab es im Metal einfach mehr diese Bereitschaft schon. Ja. Vielleicht, ich habe halt, ich habe beides gehört, aber ich war dann quasi, bin mehr zum Metal und dann später in den Hardcore abgedriftet. Abgedriftet. Ja. Auch da, das physische Element des Hardcores hat mich übertrieben geflasht damals. Also das Ganze, weil Drogen und, oder, ja, Circle Pits und sowas, das gab es ja im Metal früher eigentlich nicht. Das ist nur quasi aus dem Bereich des Hardcores rausgekommen. aber dieses physische Element da drin, dass es eine wirklich brutale Musik gibt, so mit, äh, 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 was, ja, mit Emotionen rausschreien, etc. So, wir haben ja angefangen als sogenannte Screamo-Band. Das war eine Mischung, also, wie Scream, Schrei und Emo, emotional. Das, ähm, das, ähm, eine Nische des, des, des damaligen Hardcores selber halt. Ähm, und das hat sich dann ja irgendwann alles so vermischt mit Metal-Spielarten und, und sowas, so, witzigerweise, weil damals ist es auch eher noch strikter getrennt, so, da gab's den Hardrock, dann gab's Heavy Metal, dann gab's, äh, das ist ja immer so, egal was, auch in der Kunst oder so, immer wenn Sachen neu aufkommen, muss man die ganz, ganz klar definieren, es darf keine Überschreitung geben und irgendwann wird man im Gelockerrat und sagt, okay, ist ja eigentlich spannend, was wir hier machen und können es auch ruhig mischen. Ja, genau, und das Gleiche ist ja auch damit, mit, ey, wie viel Hip-Hop quasi im Metal selber drin ist, ey, unglaublich, also vor allen Dingen jetzt auch, ey, in dem, was wir machen, sowieso. Ja, die Überschneidung, ich hab, ich hab irgendwann mal die Theorie gehört, dass, ähm, Hip-Hop, also heute moderner Hip-Hop vielleicht am nächsten am Punk von früher ist, an diesem experimentellen Faktor irgendwie und ich finde auch diese Überschneidung, die man eben hat, wie mit so Leuten wie Rick Rubin eben, ich meine, wenn ich zwei Stilrichtungen mit ihm verbinde, dann ist es wahrscheinlich einmal, äh, eher so Hardrock, vielleicht, und dann Hip-Hop, ja, und diese, diese zwei Sachen, und da gibt's ja viele Sachen, früher gab's dann ja auch Aerosmith und, und Run-DMC, ich meine, kann man jetzt sagen, sie waren beide nicht besonders hart in ihrer Richtung, aber, es war immer eine gewisse Bereitschaft da, zwischen diesen beiden, glaube ich, sich zu, auszutauschen. Ja, deshalb meine ich so kulturelle Dinge sowieso, also quasi die, die Randbereiche davon, ey, am Ende hat man ja, weiß ich nicht so, also, hat man ja eh irgendwie dann, auch doch immer miteinander abgehangen, weil man, weil es in, die Konzerte in den gleichen Jugendclubs waren, die man da organisiert hat. Und was uns verbindet, ist, dass wir beide Außenseiter sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber man macht sich ja auch, also, man wird ja nicht als Außenseiter immer geboren oder so, sondern man macht sich ja manchmal auch selber dazu, insofern, dass man sagt, ich möchte vielleicht nicht 100 Prozent Teil von etwas sein, was vorherrscht an sich. Und deshalb sucht man sich die sogenannte Nische. Und daran findet man dann manchmal, Halt, Zufriedenheit und vielleicht sogar mehr. Okay, besser könnten wir nicht enden. Außerdem weiß ich, du hast heute noch ein Konzert auf, das du dich noch vorbereiten musst. Und ich nehme an, dass dieser Podcast jetzt nicht zu fordern für deine Stimme ist, nach dem, was heute noch auf dich zukommt. Aber vielleicht kannst du deine Stimme noch schon. Alles gut. Es ist jetzt ein bisschen Stimmtraining gewesen. Erst mal ein bisschen reden. Ich weiß nicht, ob meine Mikros dein tatsächliches Stimmtraining aushalten würden. Ich meine, du hast ja doch durchaus ein gewisses Volume, was du damit reinlegen musst. Vielleicht, ja. Aber tatsächlich inzwischen, früher habe ich ja gar kein Stimmtraining gemacht, jetzt mache ich das immer so richtig klassisch. Und das ist inzwischen sogar der Blubberschlauch zugekommen. Was ist der Blubberschlauch? Das ist einfach so ein ziemlich dicker Strohalm. Der ist in so einer Flasche. Und dann kannst du, und dann machst du so, es kommt aus der Logopädie, so Stimmeübungen selber halt so. Und damit wärmst du die Stimme nicht schädlich auf für extremere Beanspruchungen. Und ich muss echt sagen, das hilft mir richtig krass. Das ist richtig gut. Ja, voll. Ich merke es immer, wenn ich Intros aufnehme für die Show, weil ich das meistens vormittags irgendwann mache und häufig noch nicht geredet habe dann, dass ich dann auch erstmal irgendwie da sitze, ba, 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 ba. Irgendwas und einfach nur die Stimmbänder lockern muss irgendwie, damit das, weil ansonsten klinge ich dann so ungefähr da drauf. Und das will ja auch keiner hören wahrscheinlich. Das kann auch interessant sein. Ja, aber kommst du heute auch?